Perfekt. Einfach perfekt. Die gibt nur leider zwei Rüstungen. Das ist nur sehr wenig. So, ist hier noch mehr? Wie muss hier noch mehr sein? Hier vielleicht? Nee, oder? Ach, das sind Steine, wo man die Jakobsmuscheln dann runter holt. Ach so. So, jetzt wollen wir den Leben wieder hochieren. Boah, die Rote Eigen sind ja richtig im Park. Ich meine, voll viel Gesundheit wieder zurück. Und zurück. Mhm. Voll geil. Okay. Ach, Vertritt. Abend, ja. Scheiße. Aber ist irgendwie auch nichts weiter... Wie wird's? Hm? Nicht so cool. Wenn's dunkel wird, wäre noch so viel zu looten. Hm. Ich weiß nicht, warum ich 167% habe, weil irgendwie gibt's ja gar nichts mehr zu holen. Ach, da unten? Warte mal. Genau. Das ist ein versuchendes Schiff. Jo, ist es. Warte mal, da geht's auf jeden Fall rein. Glaub ich. Glaub ich. So. Aber ist nichts drinne. Scheiße. Hm. Ist auch kein Loch drunter am Wrack. Hm. Ich wüsste auch nicht, wo hier noch was sein kann. Hm. Oben war ja nichts weiter und hier die Dinger kriegst du nicht auf. Nö. Ich glaub, wir haben die Insel eingenommen und leer gelootet um. Unsere? Nee. Nö. Ja, unsere sowieso. Aber... Ich mein, diese hier... Nö. 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 Scheiß auf die Angelgöder. Nö. Nö. Ich komm auf jeden Fall zurück. Es wird dunkel und ich bin... ja. Nö. 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 Ach Gott. So, erstmal müssen wir die Mulle-Maus hier irgendwo hinhängen. So. Ich habe viel Munition auch gefunden. Du? Kaputtes Gewehr habe ich auch gefunden. Na, ich hatte die Ahnung. Ich muss mal diesen Waffen-Dings da oben da freischalten, glaube ich. Da kriegst du doch noch zwei andere. So, ein bisschen Obst. Pack dir mal noch ein bisschen Deko hier rein. Warte mal, hier wird gerade ein bisschen kalt. Und ein Bauplan für ein französisches Sofa. Geil. Ich weiß gar nicht, warum ich immer friere, ne? Du bist eine Frau. Ah, ja. Frauen führen doch immer. So, das andere Holz habe ich, glaube ich, Dings, ne? Okay. Ihn. Faktor der elektronischen Bauteile und diese chemische Substanz auch mal hier rein. Glas haben wir schön für mittlerweile. Gummi. Ich habe eine chemische Substanz gefunden. Das ist richtig nice. Ja, ich habe einen coolen Staff gefunden. Und ich habe die... ...Kreize-Pack erst zu 25% gelootet. Ich habe auch eine Polizei auch hier gefunden, aber das sind zwei Haie, die... ...die... 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 ...die nicht so schnell weg. Magst du die nicht? Ja. Sind ziemlich dicht aufeinander. Schwierig. Huch. Ich denke, ich werde mir auch jetzt mal eine Armbrust bauen oder so viel... Es ist besser mit der Armbrust als mit dem Bogen. Also... ...weil wir finden viel mehr Metall. Was brauche ich denn hier? Könige Armbrust... ...Komponenten und Seil. Hätte ich auch alles nehmen können. Egal. Hast du gesehen? Ich habe da eine Spitzhack hier oben reingepackt. Äh, bei der Ente. Ich bin überladen. So, Angelköder hast du in dem... Ach, Quatsch. Mit der Truhe. Rein aufs Komponenten. So, wir haben jetzt so viel Eisen... Wie... Wo finde ich den Ofen? Wie, wo finde ich den Ofen? Wie machen wir den? Wo bekomme ich den? Oder muss ich den noch freischalten? Weil ich habe ja so viel Eisen in dem Forschungsding. Warte mal kurz. Mal gucken. Ambers, Rüstungswerkstatt... Rucksack, Luft, Tank... Ach, der Ofen. Okay, Holz, Schrott und Gummi. Holz, Schrott, 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 Gummi. Ui. Ist aber freischalten im Mist hier. Ofen. Haben wir. So, den Ofen finde ich... Hier, oder? Holz, Schrott, Gummi. Holz, Schrott, Gummi. Holz, Schrott, Gummi. Holz, Schrott, Gummi. Wir haben kein Holz mehr. Im Grill. Ich hab, äh... Ich war noch ein bisschen. Holz. Und so. Nehmen sie sich. Sehe ich hier natürlich kaum was, ne? Scheiße. Ich stelle jetzt hier hin. Was muss ich? Die Einzelne reinlegen? Verdammte Kacke. Ich kann das nicht durchlaufen lassen. Ich muss das echt einzeln reintun, ne? Hast du schon mein neues Obertail gesehen? Oben in der... Hier. Oben rechts. Also gerade irgendwas hier noch da, als ich reinguckte. Naja, du... Beugst dich so gut. Auf jeden Fall schicker wie das alte. Ja, ne? Also jetzt passe ich so langsam stylisch zusammen, nur mein Hut ist noch nicht so gut. Hut ist nicht gut? Mein Hut ist nicht so gut. Das ist... Ja. So. Ja. Achso, schlafen? Damit kann ich mich mal voll machen. Äh, warte mal. Betten sind ja jetzt hier. Hier. Da reicht ja wirklich ein Bett eigentlich, ne? Kommen sie. Lassen sie uns schlafen gehen. So, dann kann ich jetzt nämlich... schrinken. Und essen. Haben wir was Fertiges noch hier? Ja, hier liegt... Fischt mit. Hm. Ähm... So, was wollte ich gerade machen? Achso. Ah, nee... Nee... Uh, das französische Sofa sieht ja voll schick aus sogar. Hm. Das war ne Blob-Pause, ne? Habe ich ja gefunden, ne? Akku-Ladegerät... Batterien... Schade, dass man beim... 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 Reinpacken das nicht schon teilen kann, ne? Ah, hier können wir mal Kühlschrank... Du hast ja jetzt Ding... ...gefunden, ne? Ach, ein Stück. So, bauen wir mal einen Kühlschrank. Judi, jetzt können wir nämlich in den Kühlschrank. Ich würde nochmal losziehen, wenn du nichts dagegen hast. Ich mach das... Ich, äh... Pack jetzt alles in den Kühlschrank hier. Anerstin. Oh, hier sind noch zwei Komponenten drin. Obst... Eigen... Pudding. Kein Glas mehr, ne? Ich habe keins verbraucht. Aber wir haben noch ganz viel Glas gehabt. Oder dann ist es in der anderen. Hier, 30 Stück. Sind hier drinnen. So, vielleicht nochmal zu den Ruinen rüber. Und bauen wir den Schwefel ab. So, wir haben Eisenbahren, Eisenbahren. So, das heißt, wir könnten jetzt mal einen Amboss... Ich weiß nicht, ob das zählt, wenn ich den Schwefel hier abbau. So, ein Amboss, der ist... Wo finden wir den Amboss? Hier wahrscheinlich. Warte, wir brauchen vier Eisenbahnen. Ist ja ekelhaft. Hm. Wo denn der Schwefel geht? Boah, ich würde hier gerne mehrere Klumpen reinpacken, sodass es einfach durchläuft. So wie man es in dem Spiel kennt. Aber... Hm. Vier Stück davon. Jaaa... Gut. Achso, jetzt hast du den Hammer wieder mitgenommen, ne? Das ist doch das... Kommen Sie dann. Alles gut. Jaaa... So... Weil wenn ich hier eh gerade schmelze, dann... Dann kann ich auch nirgendwo bauen. Das ist jetzt ja automatisch... Wieder dunkel. Stimmt, ich würde das ja eigentlich so machen. Sonst gib mir den Hammer immer einfach dann... Ich hab den in die untere Trouille reingepackt. Okay. Wieso Schrottmetall nehmen? Produziert der Schrott das Regal, oder? Nein, ich hab da Schrott reingepackt. Schrott und Holz, das ist ein Lager. Die siehst du ein Lager, weißt? Ich produziere mal ein bisschen Eisen. Weil ich hier schon so dumm rumbaue. Und mein Plan hier oben nicht so wirklich funktioniert hat. Leider. Sehr ärgerlich. Für mich. Du hast das Boot kaputt gemacht. Du? Du hast das Boot kaputt gemacht. Da kann man dich nicht einmal allein lassen. Ich hab's doch schon einen Reparier. Da kann man dich nicht einmal allein lassen. Ja. So blöd, dass mein Plan jetzt hier nicht aufging, ey. Was denn? Das hätte so cool werden können. Na hier mit dem Dach drüben. Ja. Jetzt muss ich das auf die billige Variante machen, das nervt mich. Aber egal, ihr dies oder dies. So, haben wir denn schon vier? Fehlt noch einer, dann haben wir den Amboss auch gleich. Aber die Waffenwerkstatt könnte ich eigentlich auch direkt bauen, ne? Damit wir moderne Schusswaffen machen können. Okay. Okay. Wir müssen das jetzt hier anders machen. Leider, leider, leider. Oh. Ich hab kein Holz. Das wird nicht reichen. Mann, ich war grad zu viel Holzluten, ne? So, Amboss. Den stellen wir daneben, würde ich sagen. Mh. 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 Ey, was ist denn das für ein Bug? Ja, ich habe auch teilweise durchgeschossen durch die... Das ist ganz, ganz crazy. Ganz crazy. Meinst du, mit der Ambriss, ne? Ja. Hm, naja. Schießt irgendwie durch. Ich glaube, das ist ein bisschen buggy. Ähm... So, was war jetzt der nächste Plan? Die Waffenwerkstatt, ne? Wollen wir jetzt zehn Komponenten? Haben wir zehn Komponenten überhaupt? Jo, passt. Okay. Dann was anderes in eigener Mission. Ähm... Oh. Ja? Ich weiß nicht, ob ich nach Hause komme. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn man stirbt. Hebebutt. Hebebutt. Ach ja. Oh. 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 Oh, mein ich war. Ich würde dir helfen, aber ich glaube, dass ich da bin, ist da auch vorbei. Ich schade, dass der Kühlschrank nicht mehr Kapazitäten hat. Man sieht schon viel nicer aus mit dem Boden, weil ich nicht so viel von dieser Flüssigkeit brauchen würde. Hä? Ich habe die Facke weggepackt, aber es brennt trotzdem noch in meiner Hand. Okay. Ja gut. Dann habe ich jetzt eine unendliche Fackel oder so, ich weiß jetzt auch nicht. Das ist ein bisschen wie hier die. Aber wir müssen jetzt eh die Eimer nehmen und Wasser holen. Blöde. Dumme. Achse. Bitte was? Ich kann kein Holz abbauen. Wieso? Weil ich sie nicht dabei habe. Steinachs. Einmal mit Profis. Hä? Schon wieder? Ich habe den einmal in der Hand, aber ich habe den gar nicht mit dem Inventar. Ist das ein dusiger Bug? Okay, das ist ja echt durch. Ja gut. So, ich wollte, ich wollte als nächstes, genau, die Werkstatt. Wo sind meine Komponenten? Da. Eine Waffenwerkstatt, die ziemlich groß ist. Warum ist die so riesig? Scheiße. So. Hier hin. Und ich meine die Katze gar nicht mehr. Die Katze woanders hinmachen. Weil das Teil haben wir woanders hinstern. Weil meine Armbrust funktioniert irgendwie gar nicht mehr. Ich schieße immer nur noch durch die durch. Okay. So, wir haben ja... Äh, wie heißt die Waffe? Warte mal kurz. Reptiergewehr, GP20. Die hier ist das. Theoretisch... Was hast du für Muni gefunden vorhin? Menge Muni. Ja, war da Pistol-Muni dabei oder nicht? Ja, ja. Die liegt so alles durch in der Kiste unter der Ente. Dann... Könnte ich die GP20 reparieren? Naja, viel Muni ist es ja nicht, ne? Da muss halt Spaß an damit umgehen. Ich repariere die gerade erst mal nur. Weil ich eh so viel Eisen abgebaut habe. So, was haben wir denn hier noch an Einrichtungsgegenständen? Oh, wir sind ja voll hier. Eulenspielzeug? Ich bin mit dem ganzen Stuff umhandeln, fahren wie du möchtest. Ich hoffe halt, dass sie sich ähm... Also dass sie den Stuff wieder zurückgesetzt hat, da ne? Ich weiß ja nicht, wie oft die das zurücksetzen oder ob die das überhaupt zurücksetzen. Aber können wir gleich mal machen, ja. Die Frage ist halt auch, gibt's nur den Einhändler oder gibt's halt mehrere, ne? Ja. Die Frage. Hm. Ich weiß. Ich hab nur gute Fragen. Ja. Er sieht jetzt gerade natürlich total beschissen aus, weil die Wände so kacke aussehen. Aber... Sobald der Tapete dran ist. Ich verspreche es euch. Ja, kann ich das da vorhängen oder? Da sehen die Ölgemälde gleich ganz anders aus. Aber wir können gleich Handeln fahren. Also ich reparier jetzt noch die eine Waffe. Ich hab jetzt eh hier ne unendliche Fackel anscheinend, also... Ist das ein Regal? Ist das doch ein Hocker, oder nicht? Das wär cool, wenn wir so ein Bett finden würden. Haben wir aber keins, ne? Und dann haben wir ne Blaupause für ein Bett? Ne, ne? Ja. Können wir die Sachen nicht schon mal einpacken? Ja. So, dann haben wir das. Ich brauch noch zwei Metallbahnen, dann... Ah, wir haben kein Holz. Ich hab die eine Insel komplett auseinander genommen, ne? Also Holz ist echt Mangelware. Ich hab das mal kurz zurück. Ich meine, wegen des Abbaums wieder mitnehmen. Also, ich bin's. Ich hab in Wälder von Wälder rein. Und wenn ich jetzt bei der NRC-M-M-M-M-M-M-M, meine Pause, ich hab die nights noch ein paar Jahre drin. Ich bin's. Und das macht Träte. Ich bin's.